hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi ja heute gibt es das finale vom youtuber cup das wo julian ausgedrangen hat und ja ich spiele gegen julian hier im finale mit liverpool also ich bin bayern ja also die ersten zwei spiele habe ich ja verloren die gruppenspiele von mit julian ich hoffe dass bei mir nicht hier alles verstellt ist ja das ist wenn man die dings umstellt was warte mal es hatte ich bei mir auch verstellt das ist echt ein witz der war nicht schlecht ja gegen eon habe ich alle beide spiele gewonnen und gegen jannis deshalb bin ich jetzt im finale aber bis wir das finale aufgenommen haben hat es natürlich jetzt lange gedauert ja nein oh shit ist das hier lewandowski was macht ihr auf links außen och man was ein witz ich muss mal umstellen sonst bringt das hier alles nichts aber jetzt gibt es links hier aber knapp im sturm was soll das so sanchez auf rechts außen was soll denn das jetzt habe ich das noch nein sanchez auf hier jetzt habe ich es richtig so jetzt spiel mal richtig ja deswegen kommt es auf meinem kanal 1 0 jawotzki knabry so die neue saison ohne roppen und reverie das wird eine umstellung also sie sind ja an sané dran ich glaube dass das auch zustande kommt ja aber das darf ja nicht nach barcelona die spieler von barcelona die sagen ja alle es soll nicht kommen wo die gegen den sind ja aber wenn er nicht passt dann ja ja ich bin ein bisschen mehr ein bisschen mehr eingespielt ja ihr könnt mal bei julian vorbeischauen bei unboxing gameplay den werde ich natürlich auch verlinken ist ja natürlich klar was ist eigentlich mit dem dritten platz da ist ja auch noch nicht gespielt worden oder haben die keinen bock drauf ich glaube eher die haben keinen bock drauf kann man das vergessen ich glaube ich muss auch mal ein turnier starten aber dann kommen ja immer so spieler wo zu viel 1 1 so nebenbei gucke ich hier den stream von ben masterful ja ja hmm oh das ist natürlich also formel 3 und dann ja formel 2 er nein abseits schade ich finde das nicht gut oh was machst du denn da hinten noch neuer anstatt in die hand zu nehmen patsche denn da raus so jetzt führt er auf einmal noch 40 minuten ja aber da konnte ich echt nichts mehr machen jetzt na egal weiter geht's ich habe ja noch zeit ich weiß nicht den habe ich geahnt ja 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 alter Oh so halbzeit 221 für julian schlüsse schüsse aufs tor 324 ok da habe ich ein meer na toll so ich lasse es erstmal noch so stehen auch was machen die denn da ja warum läuft da keiner oh da krieg ich so nen blutdruck und 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 Anderle, anderle. Woaah. Ja. So, ich werde jetzt mal wechseln. Bundesliga Crow. Ja. Aus. Oh Mann. Der macht die Töne. Oh, keine Sau. Ne. Ich glaube nicht. Na, also gegen Julian habe ich immer Schwierigkeiten. Nein. Ja. Nein. Nein. Alter Lewandowski. Puh, was ist das Spiel? Richtig, äh, spannend. Nein, das ist doch nicht wahr. An den Pfosten. Leck. Nein, das ist doch nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wo ist meine Abwehr? Ja. Boah, ich glaube das war's. Ne, Eckball nochmal. Ja. Ja. Ja, das war's. Julian hat gewonnen. Gut. Aber das war wirklich spannend. Hätte Robben den noch gemacht oder Lewandowski, dann wär's anders ausgegangen. So. Schade, dass man hier jetzt keine Schale oder sowas sieht. Also, Glückwunsch an Julian für den, äh, Gewinn des YouTuber Turnier. Ja, dann sag ich mal, ciao, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video oder Stream und ciao.